Was für a blüde Zeit Fast alle Leute aus Galiläa sind zu uns auf wie nach Judea, aber die Teier und fremden Zimmer haben sie nicht will. Da sind sie gar die schwangenen Weiber gegen Stolpe, Schaf und Treiber. In alle Stollen hat's schon fast keinen Platz mehr gegeben. Sogar zwei Raber und ein Moor, die wollten auch nicht viel Komfort und haben vor lauter Weih auch schon stierend und zweit. Und in mein Fuhrer ist sogar ein Messias drinnen entgegen. Ich war der Esel aus dem Stall von Bethlehem. Ich war der Esel aus dem Stall von Bethlehem. Er war der Esel aus dem Stall von Bethlehem. Er war der Esel aus dem Stall von Bethlehem. Und für die Mütze, die Frau Mutter, war der noch längst nicht all sie Mutter. Weil der Josi, der Papa, war ganz schön heiß. Hat meint, das hört er schon am Rühren. Der Gschock ist sicher nicht von ihm. Da muss was vorgefallen sein, von dem er gar nix weiß. Für die Araber und den Moor war die Geschichte aber ganz klar. Weil die haben jeden den, was getroffen haben, erzählt. Das ist ein Prinz oder noch besser, vielleicht ein König oder größer. Vielleicht ein Herrgott von der großen weiten Welt. Und stellt euch vor, den hab ich schon in den Windeln scheißen gesehen. Ich war der Esel aus dem Stall von Bethlehem. Ich war der Esel aus dem Stall von Bethlehem. Er wurde ein Esel aus dem Stall von Bethlehem. Er wurde ein Esel aus dem Stall von Bethlehem. Das ist jetzt alles schon so lang her und das Erinnern fällt ein schwer. Aber eins, das weiß ich, alle haben sich gefreut. Weil jeder Knecht und jedes Schaf war, kein Prophet oder ein Pfaff, dann haben sie zum Streiten angefangen und streiten noch bis heute. Der Balsch hat lange geholt und gepredigt, aber da war er schnell erledigt, weil wir da goschert wurden, es haben sie ja einfach heim getraut. Und anstatt, dass er sich schaumt, tun sie bis heute in seinen Namen, als wann der Jesus in der Pistach haben, aber ich weiß nicht, was sie heute durch seine Nachfolger ausgeben. Sein auch nur Eseln aus dem Stall von Bethlehem. Sein auch nur Eseln aus dem Stall von Bethlehem. Er ist heute unter dem Stall von Bethlehem. Vielen Dank.